Hallo Freunde, ich grüße euch. Ich möchte euch heute eine Partie eines Communitymitglieds vorstellen und zwar von der Olga. Diese Partie wurde gespielt bei einem Mannschaftskampf von 2 hoch 6 gegen Delburg, bei unserem Mannschaftskampf. Ihr erinnert euch, da wo ich dieses Damenopfer über mich ergehen lassen musste. Und anschließend bei der Analyse stellte sie die Frage, ob ich auch ihre Partie mal analysieren könnte und ihre Partie handelte über den Bajonettangriff in der königstinischen Verteidigung. Und da ich über diese Öffnung noch gar nichts gemacht hatte, dachte ich, benutze ich die Gelegenheit und versuche mal so ein bisschen ausführlicher den Bajonettangriff zu erläutern, was die Ideen sind, worum es da geht und ich hätte es nicht machen sollen, weil das ist super kompliziert und eine Million Varianten und so. Ich hoffe, ich kann euch da so einigermaßen verständlich durchführen und jetzt natürlich Timestamps. Am Ende zeige ich da natürlich auch die Partie. Also, wir haben volles Programm. Lass uns loslegen. Und damit herzlich willkommen beim Schach-Stratting. Schön, dass du dabei bist. Puh, Bajonettangriff, Königsindisch. Da müssen wir uns erstmal eine Grundlage schaffen. Was ist das überhaupt? Und zwar entsteht unsere Grundstellung nach G4, Springer F6, C4, G6, Springer C3, Läufer G7 grundsätzlich. Erstmal, das ist königsindisch. Dann E4, D6, Springer F3, die klassische Variante mit Springer F3 und Läufer E2. Und hier spielt Schwarz im Regelfall von der Reihenfolge her erst E7, E5. Wir werden uns auch noch angucken, was passiert, wenn er erst Springer C6 spielt und wenn Bajonettangriff dann E7, E5 kommt, dann ist Zurufstellung. Aber Schwarz sollte mit E7, E5 anfangen. Und auf die Rochade ist der klassische Hauptzug. Dann Springer C6 greift diesen D4 hier an, macht Druck. Deswegen wird der vorgezogen. Der Springer geht nach E7. Und jetzt kommt der Zug B2, B4. Und genau dieser Zug, der kennzeichnet den Bajonettangriff in der königsindischen Verteidigung. Und von hier an, und ich blende mal eben ein, hier diesen Bajonettangriff. Ja, und hier gibt es jetzt tausend Ideen und Grundlagen. Ich habe mal ein Video gemacht über die Standardstrategien in dieser klassischen Variante zum Königsinder. Sowohl die weißen Pläne als auch die schwarzen Pläne. Das verlinke ich hier einfach mal. Das solltet ihr vielleicht schon mal gesehen haben, so als Grundlage, damit ihr wisst, worum es vom Naturell her in dieser Stellung erstmal geht. Da habe ich auch viele, viele Pläne für Weiß und viele Pläne für Schwarz erklärt. Wie immer im Königsindisch versucht Weiß am Damenflügel zu spielen und diesen Zug C4, C5 durchzubringen, um eventuell die C-Linie zu öffnen, um am Damenflügel hier eben entsprechend, zum Beispiel mit Turm C1, Sprenger B5-Geschichten, ja, Richtung nach C7 und so, da am Damenflügel schnell was zu öffnen und was zu drohen und den Schwarzen zu beschäftigen, sodass er nicht seinen Plan hier mit F5 und und gib ihm, ja, und so weiter. Also B4, klares Indiz, wir wollen C5 spielen. Das ist aber auch nur die Grundlage. Und jetzt unterscheidet oder splittet sich sozusagen die Spielweise schon in zwei Spielweisen. Und zum einen, wie reagiert Schwarz jetzt? Er kann mit A7, A5, das ist einer der Hauptzüge und sagen, komm, ich verhindere das, weil es A2, A3 spielt, diesen Bauern deckt, weil dieser Turm auf der A-Linie ungedeckt ist. Und dadurch erzwinge ich irgendeine Reaktion hier mit dieser Bauernkette. Das ist die eine Option, also dieses A7, A5. Die zweite Option ist Springer H5, zu sagen, ich setze hier meinen Zug F7, F5 durch und dann spiele ich am Königsflügel und dann weiß doch hier machen, was er will. So ungefähr. Und genau, jetzt habe ich versucht, ein bisschen zu splitten und in Themenbereiche aufzuteilen, worum es hier geht. Bevor wir jetzt damit anfangen, ich wollte ja nochmal eben ganz kurz, damit wir das nicht verlieren, aus den Augen verlieren. Wir fangen an damit, dass wenn Schwarz-Rollt ja hier E7, E5 spielt. Was aber passiert, wenn er jetzt hier den Zug Springer C6 spielt? Und das schauen wir uns als allererstes an jetzt. Der Zug Springer C6 wird relativ häufig gespielt, ganz besonders von den Leuten, die so ein bisschen auf E7, E5 diese Abtauschvariante vielleicht vermeiden wollen. Nicht, dass sie besonders gefährlich wäre für Schwarz, aber man hat irgendwie Angst, dass das Spiel verflachen könnte. Und deswegen versuchen sie dann mit Springer C6 und dann E7, E5 quasi umzuleiten und diese Variante zu umgehen. Und wenn weiß hier hochiert, dann kommt auch E7, E5 und dann ist auch alles in Ordnung. Das Hauptproblem hierbei ist aber, dass weiß den Zug D4, D5 hat und jetzt diesen Raumvorteil kreieren kann mit Tempo auf diesen Springer. Und der Springer muss sich entscheiden und sowohl in der Meister-Datenbank als auch in der Lichess-Datenbank gibt es zwei Züge, die hier zur Auswahl stehen, nämlich zum einen Springer A5 und zum anderen Springer B8, jetzt farblich mal nicht gewertet. Und wir schauen uns zu beiden Zügen mal eine Muster, eine Beispielpartie an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, worum geht es hier und so weiter. Und worin liegt dieser kleine, aber feine Vorteil für weiß? Insgesamt hat weiß hier einen kleinen Vorteil, noch nicht spielentscheidendes, ja, aber er hat eben einen kleinen Vorteil. Okay, fangen wir an mit Springer E5. Das ist vielleicht der meistgespielte Zug. Daraufhin schlägt weiß hier auf E5 und jetzt ist dieser Bauer halt diesem, diesem eigenen Läufer hier so ein bisschen im Weg. Der Läufer geht nach E3, klar, weil er hier auf dieser schönen Diagonale steht. Das Feld C5 hat gegebenenfalls C4, C5 unterstützen könnte. Also ein sehr multifunktionaler Zug, da gehört der Läufer hin. Schwarz greift sofort dieses Zentrum an und wir folgen hier einfach mal, nach diesem Tausch, der Partie von einem mit weiß 2.200er Spieler und mit schwarz ein 2.500er Spieler. Und wir werden sehen, wie einfachen, vermeintlich einfachen Mitteln der weiß hier eine angenehme Stellung hat und die einfach gemütlich spielen kann. Und das, ohne jetzt zu tief in die Analyse reinzugehen, ja, ähm, der schwarze Springer strebt auf dieses lokale Feld D6, das ist gut. Ähm, aber weiß zentralisiert seine Türme, verhindert Gegenspiel am Damenfliegel den Raumgewinn mit B5. Ja, und hier auf F5 wird einfach rausgenommen und dann haben wir dieses Feld E4 für unseren Springer. Schwarz wollte seinen eigenen Springer aktivieren, aber der wird einfach rausgenommen und dann sehen wir, oh, wir haben auf E6 auch ein schönes Feld für unseren Springer. Zack, geht er da rein. Jetzt haben wir hier einen schönen Freibauern und den wird schwarz auch gar nicht bekommen. Ähm, der Bauer wird unterstützt und gedeckt in allen Formen und Farben und dann mit F4, F5, die den Turm auch noch auf den Einturm tauschen. So, ihr habt gesehen, mit welchen natürlichen Zügen, mit einfachen Zügen, äh, weiß hat diesen, diesen Bauern hier und da wird schwarz nichts machen können, ne? Und die Partie endete dann tatsächlich auch wenige Züge später. Wenn man hier gute Züge machen würde, sagt der Computer, kann man hier mit weiß sogar auf Vorteil spielen, aber, ähm, hier einigten sich die Gegner dann auf, auf Remis. Also, aber weiß war zu keiner Zeit irgendwie auch nur ansatzweise in, in Verlustgefahr, ne? Ähm, als zweites schauen wir uns mal eine Partie zu Springer B8 an. Und hier habe ich eine Partie, äh, gefunden von Mikael Gurowitsch. Und zunächst einmal, natürlich, hier kann schwarz im Grunde alle spielen und wenn wir jetzt hier jeden Zug analysieren wollen, würden, würden wir wahrscheinlich übermorgen noch hier sitzen. Ähm, er kann natürlich E6, C6, C5, äh, A6, ja, und, 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 und Springer BD7 mit Übergänge in, wie auch immer. Ich habe jetzt mal den Zug E5 mir angeguckt, weil es von der Struktur natürlich ähnlich sein soll, wie das, was wir in der Partie haben, ne? Jetzt sehen wir einfach, dass dieser Springer auf B8 steht, statt zum Beispiel auf E7. Auf E7 würde er ja potenziell hier irgendwie zumindest mal näher am König stehen, wenn er, wenn Schwarz hier zum Königsangriff kommt, dass er noch mitwirken kann. In der Partie spielte Gurowitsch den schönen Zug Läufer G5 und den fand ich super. Natürlich kann Beiß hier auch mit Springer E1 diese Stellungsbilder anstreben, dass er jetzt hier wieder auf C4, C5 spielt, ähm, ja, und dann B4, C5 und so weiter. Dann erinnern sich die Stellungsbilder wieder dem klassischen Königsindisch von dem anderen Video, was ich vorhin verlinkt hatte. Dieses Läufer G5 gefiel mir aber sehr gut, weil es die Stellungsbilder ein bisschen ändert und Schwarz ein bisschen herausfordert. Wenn Schwarz H7, H6 spielt, dann sehen wir zwei Dinge. Zum einen geht der Läufer in dem Fall nach H4 und hält diese Fesslung aufrecht. Zum zweiten werden wir gleich nochmal sehen, dass dieser Bauer H6 auch nicht so gut steht. Schwarz versucht C5 zu verhindern, aber Weiß spielt den einfach. Und in der Partie kam Springer BD7. Wir schauen, dass man mit Schwarz den gar nicht so richtig nehmen kann, weil dann Springer E5 kommt. Springer E4 ist hier quasi nicht möglich wegen dieser Fesslung. Und nach D5 zum Beispiel ist der E5 gedeckt. Springer H5 funktioniert auch nicht. Und er hat Weiß hier einfach zwei schöne zentrale Bauern, die er vielleicht sogar mal irgendwann vorschieben kann. Das ist eine auf jeden Fall angenehme Stellung. Noch nicht entscheidend. Ja, aber hier haben wir schon plus 1,7 laut Rechner. Das ist schon einfach mehr Möglichkeiten. Deswegen sollte Schwarz diesen Bauern nicht nehmen. Hat er auch nicht gemacht hier in dieser Partie. Springer BD7. Und jetzt sehen wir, die C-Linie geht auf mit unserem typischen Spiel, das Weiß am Damenflügel mit Turm C1, Springer B5 Ideen bekommt. Und auch mit Springer D2 über C4 Richtung Damenflügel hier schaut. Dieses Manöver Springer D2 nach C4 ist für Königsindisch-Benoni-Strukturen sehr, sehr typisch. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht, verlinke ich hier. Der Springer geht nach C5, greift den E4 an. Der wird einfach mal vorsorglich gedeckt, damit unser Springer mobil wird. Jetzt wird B5 verhindert und dann sehen wir, dass Weiß die Felder B5 und C4 wunderbar abklammern kann. Seine Figuren stehen da wunderbar, kommen immer weiter nach vorne. Der D6 ist immer mal unter Beschuss. Jetzt kommt der Läufer wieder und wir sehen einen Unterschied zwischen diesem Läufer F2 und diesem Läufer G7. Der sowohl hinter dem eigenen Bauern steht, als auch jetzt hier über H6 nicht auf diese Diagonale kann, so einen Turm auf C1 mal challengen könnte. Deswegen haben wir hier auch mit H6 eingeschoben und provoziert mit Weiß. Und das ist eine fantastisch gute Stellung bereits. Plus zwei, Schwarz hat im Grunde kein Gegenspiel und Weiß kann tun lassen, was er will mehr oder weniger. Deswegen wollen wir hier erstmal abbrechen. Das Lohnstellungsbild könnte da bei Springer B8 entstehen. Und das waren natürlich jetzt nur zwei von vielen möglichen Beispielen, die aber demonstrieren, dass Weiß ein sehr, sehr bequemes, sehr, sehr einfaches Spiel hat, wenn Schwarz mit Springer C6 vor E5 beginnt. Also, der Zug A7, A5. Wie gesagt, die Idee auf der A-Linie, kennen wir. Ich möchte euch, und könnte hier stundenlang sinnieren, ich möchte euch aber zwei Hauptideen, die Schwarz hat, definitiv an die Hand geben für den Hinterkopf. Die eine, zunächst einmal, Weiß reagiert hier im Regelfall entweder mit Läufer A3, das ist eine der Hauptzüge, oder mit D-A5. Und das kommt ganz, ganz oft auch auf die gleiche Stellung hinaus. Fangen wir mit dieser Reihenfolge an, spielt keine Rolle. Turm steigt A5 und jetzt sehen wir ja, das Feld C5 ist kontrolliert. Auf den ersten Blick sieht das so aus, als wenn Schwarz den weißen Hebel am Damenflügel gestoppt hätte und ein bisschen Zeit gewonnen hätte. Ja, so ein bisschen, aber auch nur bedingt, denn der Turm auf A5 wird gleich wieder angegriffen werden und Opfer für Temporangriffe von Weiß. Weiß spielt A2, A4, holt sich ein bisschen Raum am Damenflügel und bereitet das Manöver Läufer A3, B4 vor, was den Turm angreift. Hier können wir jetzt zum Beispiel B7, B6 spielen, um diesen Zug C4, C5 mechanisch für alle Zeiten quasi zu unterbinden. Das auf Lichess, so in der Normalspieler-Datenbank, auch der meistgespielte Zug, weil er sehr verständlich ist. Man möchte jetzt C5 verhindern. Wir werden uns gleich nochmal eben eine Alternative angucken. Zunächst einmal Weiß spielt wahrscheinlich Laufer A3 und Schwarz spielt Springer E8. Diesen Zug sollten wir uns auf jeden Fall merken, dass wenn wir den Springer wegziehen, dass wir jetzt nach E8 gehen, weil wir den D6 gedeckt halten wollen. Und wofür das wichtig ist, sehen wir im nächsten Zug, perspektive im übernächsten. Wir müssen jetzt den Turm erstmal wegziehen. Und Weiß sagt sich, ja komm hier, ich greife mit A4, A5, ich hebele hier den Damenflügel auf. Dafür habe ich ja diese Züge A4, A5 gemacht. Ich möchte den B6 angreifen, vielleicht die Kontrolle über das Feld C5 irgendwann erhöhen, damit ich mit Weiß hier mal durchdrücken kann. Das sind so die Ideen von diesem A4, A5. Aber jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Zug, ein kleiner taktischer Trick für Schwarz, den Schwarz im Repertoire haben sollte. Nämlich, wenn dieser Läufer hier auf B4 so ungedeckt steht und Weiß spielt A5, dann gibt es hier diesen schönen Zug C7, C5. Und der ist ja durchaus aus taktischer Artur, natürlich. Zunächst einmal, wenn der Läufer jetzt hier einfach nur zurückginge, würden wir auf A5 schlagen, hätten ein Bauernmäher. Das wäre super für Schwarz. Was aber passiert, wenn en passant kommt? Dann müssen wir mit dem Springer schlagen und dann sehen wir, bekommen wir eben wieder ein Tempo auf diesen Läufer B4. Das ist ganz wichtig. Und jetzt droht auch noch der A5 verloren zu gehen. Ja, und wenn der Läufer jetzt wieder weckt, jetzt sehen wir erstmal, warum es so wichtig ist, dass der D6 gedeckt ist. Sonst könnte Weiß den nämlich schlagen. So, hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten für Weiß. Also wahrscheinlich gibt es noch viel mehr. Aber die taktisch spannendsten und die Motive, die man vielleicht kennen sollte, sind zum einen da mit D5, weil es hier den Springer C6 angreift, der Turm dahinter hängt. Und wenn jetzt Läufer B7 kommt und Weiß lenkt diesen Läufer mit A6 ab, und der Läufer muss ja irgendwie an diesem C6 dranbleiben. Dann gibt es das schöne Abspiel Springer schlecht B4 mit Doppelangriff auf die Dame. Ja, die Dame muss natürlich jetzt auch eine Figur schlagen. Und jetzt folgt der Zug Turm B8 mit Rufzug. Warum? Weil er greift die Dame an. Die Dame hat hier keine Rückzugsfelder mehr. Und wenn sie nach A7 ginge, würde Springer C6 die Dame fangen. Also muss hier der Zug A7 kommen. Und dann holt er sich eine neue Dame. Aber man hat im Grunde diesen A-Bauern verloren. Und die Stellung ist ungefähr, naja, ist kein großer Vorteil, aber auf jeden Fall ein Vorteil für Schwarz. Ich habe einen Bauern mehr. 2-2-1. Wir brauchen noch ein bisschen Technik, um das zu verwerten, aber immerhin besser Bauer mehr als Bauer weniger. Und genau. Es gibt aber noch hier eine zweite Möglichkeit, statt da mit D5. Und das wurde hier gespielt in einer Partie von, muss ich gerade gucken, einem 2300er gegen einen 2460er. Und zwar der Zug A schlecht B, der Turm wird jetzt getauscht, weil er ja selber auch hängt. Und nach Springer schlecht B4 hat weiß eine Figur mehr, weniger. Aber der schöne Trick, Turm B1. Wir wissen ja, Türme gehören hinter den Freibauern. Der Bauer wird quasi gepusht. Und zwar, wie auch immer, der Springer wegzüge, wohin auch immer er zieht. Und es folgt B7 und er muss aufgehalten werden. Ja, und dann haben wir hier so eine Stellung. Wir sehen, dass der weiße, weiß-felderige Läufer hinter dem Bauern eingesperrt ist, während der schwarze Läufer durchaus aktiv ist. Deswegen ist das hier eine leichte, aber sicherlich dauerhaft bessere Stellung für Schwarz. In der angesprochenen Partie hat Schwarz tatsächlich gewonnen. Das muss wahrscheinlich nicht zwingend erforderlich gewesen sein, aber durch diesen Trick hat Schwarz hier diese angenehme Stellung erreicht. Also diesen Trick mit C7, C5, den müssen wir uns unbedingt merken. Das ist ganz wichtig. Okay, dann kommen wir wieder zur Ausgeschlagung. Wenn weiß andersrum anfängt mit Läufer A3, kommt sehr, sehr häufig auf eine Zugumstellung. Also wir schlagen hier, der Läufer schlägt und spielen jetzt B7, B6, um das wieder mechanisch zu verhindern. Es gibt noch einen zweiten Zug, der gespielt wird, nämlich dieser Zugsprenger D7, um das hier zu verhindern. Oder das Feld mit zu kontrollieren und diese Schwächung B6 vielleicht darauf zu verzichten, damit dieser Hebel hier eben nichts öffnet. Aber nach A4, wenn wir jetzt Läufer H6 zum Beispiel spielen, ein sehr natürlicher Zug, der die Diagonale kontrolliert, auch das Feld G5 kontrolliert, wenn wir hier mit F5 anfingen, müssten wir Springer G5 und dann droht der Springer hier rein zu gehen. Das ist eines der Risiken, deren wir uns bewusst sein müssen. Das können wir aber verhindern, indem wir erst den Läufer aktivieren. Und trotzdem, obwohl es sehr natürlich aussieht, ist sowohl laut Engine als auch viele Großmeisterpartien deuten an, dass die Stellung für Weiß etwas besser ist. Und mit etwas meine ich bloß 1,5. Das kann ich aber unglaublich gar nicht erklären. Also, ja, Weiß hat natürlich Raumforteile und irgendwann kommt vielleicht C5 und so weiter. Aber da bin ich leider kein Großmeister, um das jetzt komplett zu erklären. An der Stelle ein kleiner Hinweis noch. Und zwar, einer der Experten in dieser ganzen Variante, in diesem ganzen Bayonettangriff, ist Wladimir Kramnik. Und ich habe für euch eine Studie mit allen Wladimir-Kramnik-Partien zum Bayonettangriff, die ich gefunden habe, in eine Studie gepackt. Das sind 16 Partien, oder 15. Die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Dann in Ruhe alle Partien nachspielen, um einen Erfahrungswert zu bekommen. Okay. Wenn Schwarz aber nicht Sprenger D7 spielt, sondern hier dieses B7-6, dann nach A4, jetzt spielen wir der Springer E8, und jetzt sind wir mit der Umstellung wieder in unserer Stellung. Wenn Weiß A4 spielt, spielen wir C5, wissen wir jetzt. Die zweite Idee, die ich euch jetzt noch an die Hand geben möchte, ist, dass wir natürlich mit F7-F5 spielen können, so ganz klassisch königsindisch. Druck auf den E4 machen, und wenn der stabilisiert wird mit F2, F3, können wir unseren Läufer aktivieren, vielleicht sogar gegebenenfalls nach E3 reinstellen, je nachdem, was Weiß spielt. Ja, ich mache mal als Beispiel Turm A2. Dann können wir hier mit dem Schach, und dann F5, F4, das Zentrum abschließen, und dann können wir analog zur klassischen Hauptvariante, diesen Bauernsturm hier starten, mit G5, H5, Turm F7 und hier rüber, ja, und so weiter und so fort. Unser Läufer steht auf E3, aber deutlich, deutlich aktiver und besser als hier auf G7, wie er in der klassischen Hauptvariante etwas passiv und im Weg steht. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, wenn wir das erreichen können mit Schwarz, wäre super. Genau, natürlich hängen alle weißen Ideen, die schwarzen Ideen immer total eng miteinander verknüpft zusammen, deswegen ist es schwierig, da so zu separieren. Aber das sind erstmal so die ganz groben Grundideen, die ich euch für Schwarz an die Hand geben wollte. Und damit kommen wir zur zweiten Hauptvariante, nämlich Sprenger H5. Hier ist die Idee relativ klar. Wir wollen sofort mit F7, F5, Königsinnisch-like, losstürmen, das Zentrum angreifen, Raum gewinnen, die F-Linie nutzen. Auch das Feld F4 für unseren Springer ist sehr, sehr interessant. Und das sind so die zwei Hauptideen. Man stört den Weißen nicht am Damenflügel und hofft dann, dass der Weiße einen selber auch nicht stört am Königsflügel. Wenn Weiß also zum Beispiel C4, C5 spielt und direkt am Damenflügel weiterspielt, dann kann der Springer hier nach F4 reinhüpfen. Wir können vielleicht mal den Läufer austauschen, das Läuferpaar gewinnen und hätten sicherlich angenehme Endspiele mit dem Läuferpaar. Deswegen behält Weiß diesen Läufer gerne. Jetzt kommt aber diese Fesselung mit Läufer G4 und die ist schon so ein bisschen unangenehm. Schwarz, Weiß spielt Turm E1. Grundsätzlich braucht Schwarz natürlich überhaupt nie Angst davor zu haben, dass dieser Läufer den Springer rausnimmt, denn durch das Zurückschlagen wird dieser Läufer auf unserer schönen Diagonale super aktiv. Wir greifen den Springer an, der Turm dahinter ist gefesselt. Wir haben Kontrolle über das Feld E5. Das ist natürlich auch nicht unwichtig. Und genau, das wäre gut für Schwarz. Nach Turm E1 zum Beispiel sehen wir, dass unser Springer auf E7 so ein bisschen komisch steht. Und ich werde gleich in den Hauptvarianten, in den Ideen für Weiß zeigen, warum der Zug F7, F5, der ja hier auch verhältnismäßig natürlich erscheint, nicht so gut ist. Oder nicht so gut sein kann. Wir folgen hier einer Partie von In Nepo Miyachi, also Nepo gegen Hikaru Nakamura aus dem Jahre 2007. Auch damals waren die beiden natürlich schon aufstrebend Richtung Weltspitze. Und die beiden haben folgende Partie gespielt, dass Schwarz hier am Zug den schönen Plan G6, G5 hatte. Was den G5 nochmal stabilisiert, vor allem aber auch diesem Springer E7 das Feld G6 gibt. Und dass der da im Spiel ist und mitspielt, wunderbar. Der G5 hängt nicht, weil der Springer gefesselt ist. Und auf H3 gehen wir einfach zurück, denn G4 ist keine Option, weil der Bauer auf H3 hängt. Und hier in der Partie hat Nepo jetzt tatsächlich auf F4 geschlagen, aber wir konnten zurückschlagen und können gleich mit Springer G6, E5 schöne Kontrolle über das Feld E5 bekommen. Und in der Partie, wir sehen es hier, wurden ein paar Züge gespielt. Zack, zack, H3 und Schwarz hat mit verhältnismäßig einfachen Mitteln einen wunderbaren Springer auf E5 zementieren können oder implementieren können. Ein gut getimtes F4, F3, vielleicht für Königsangriffe, könnte in der Luft liegen. Wir haben auf dieser Diagonale Druck. Alle schwarzen Figuren spielen mit. Und ich zeige euch die Partie im Schnellformat natürlich. Denn Weiß hat gleich einen taktischen Fehler begangen. Nach Dame D1, Turm zu 8, Springer zieht weg, der war ja angegriffen, kommt hier F4, F3 und wir sehen schon, Oh Oh, Königsangriff und wenn der schlägt, kommt natürlich Springer F3. Also kommt erst ein Zwischentausch, dann zieht der Springer weg. Aber, und hier hat Nakamura einen bärenstarken Zug gemacht. Könnte mal kurz reingucken. Er hat nämlich den Zug Springer D3 gespielt und jetzt ist dieser Turm zweimal angegriffen, aber die Dame deckt vor allem den D4 nicht mehr. Der ist jetzt nämlich auch noch angegriffen. Es kam Turm E3 mit der Idee auf Läufer D4 dann noch Turm schlecht D3 zu haben, aber es folgte Turm C1 und auch war die Dame weg. Und ganz kurz darauf, zack, zack, hat Weiß die Partie aufgegeben. War jetzt ein sehr schönes Beispiel, ist nicht die Hauptvariante letzten Endes, aber ein schönes Beispiel dafür, wie Schwarz sich das vorstellt, wenn er mit dem Springer nach F4 rein möchte. Eine Alternative ist noch der Zug G2, G3 für Weiß, weil er das Feld jetzt, F4 jetzt hier mechanisch kontrolliert und ist auch eine der Hauptvarianten für Weiß. Und ich habe hier eine Variante gefunden oder eine Idee, die ist gar nicht so Mainstream für Schwarz, aber der Zug Läufer H3 gefällt mir sehr gut, nutzt diese weißen, feldrigen Schwächen ja erstmal aus und nach Turm E1 erstmal H6 spielen. Das ist ganz wichtig, denn wir dürfen diesen, wenn wir jetzt hier irgendwie sowas wie F7, F5 spielen würden, dann wäre hier unser Läufer quasi weg, respektive ein Bauer weg. Und deswegen erstmal H6 spielen, um Springer G5 zu verhindern und wenn der Springer wegzieht, jetzt wird der Läufer freigelegt, der H5 ist angegriffen und hier habe ich dieses schöne Motiv oder Partien mit diesem schönen Motiv Springer F4 gefunden und die Idee ist, wenn Weiß diesen Springer schlägt, dann schlagen wir zurück und haben wieder Tempo auf den C3. Der Turm dahinter ist ja auch noch gefesselt oder der Springer ist gefesselt. Der Läufer wird gedeckt. Jetzt kommt der Springer, schlägt auf G5, opfert sich, um der Dame den Weg nach G5 freizumachen und dann würde mit Dame G5 natürlich hier auch schon verhältnismäßig schnell ein Matron vielleicht. Respektive Weiß muss die Figur zurückgeben, aber nach Läufer G4 ist die Dame angegriffen. Jetzt muss man hier gegen angreifen und nach dieser sieht auf den ersten Blick wild aus, ist aber mehr oder weniger alles forciert. In dieser Stellung steht Schwarz natürlich einfach klar besser, weil er zwei Bauern mehr hat. Von daher hochinteressante Variante. Von daher gegen dieses G3, da komme ich natürlich auch mit Weiß gleich auch nochmal drauf, aber das sind schon mal grobe Grundideen, dass ihr seht, hier spielt Schwarz eher am Königsflügel. Jetzt kommen wir zu den Weißen Ideen und dann fangen wir direkt mit den Springer H5 Ideen an. Hier kann Weiß jetzt als Hauptidee zwischen G3 und Turm E1 sich entscheiden. Fangen wir nochmal eben mit diesem G3 an, weil wir es ja gerade gesehen haben, wir versuchen, dieses Springer F4 zu verhindern und wenn Schwarz dieses Laufer H3 spielt, ziehen wir weg, H6, so wie wir es gerade aus der schwarzen Sicht ja schon gesehen haben. Hier kann Weiß im Grunde zwei Springer Züge machen, nach D2 oder nach H4. Beides ist nicht, ja, nicht super klar, was jetzt besser ist. Sagen wir mal Springer H4 zum Beispiel, droht den auf H5. Hier muss der Springer jetzt nach F6 zurückgehen. Hier kann der nicht nach F4 gehen, weil wir den einfach rausnehmen und mit Dame D3 würden wir nicht nur den C3 jetzt hier decken, wir kriegen auch noch ein Tempo auf den H3. Und wenn wir die Variante analog zu eben weiterspielen würden, dass der Springer sich hier opfert, um der Dame den Weg freizumachen, dann würde sogar der Springer hier schlagen können. Jetzt weiß Schwarz gar nicht, was er schlagen soll, den Springer auf H4 oder den Turm auf A1. Nun, wenn er hier auf A1 schlägt, hängt der H3 und das ist einfach, ja, zu viele Figuren für Weiß. Das ist eine sehr, sehr gute Stellung für Weiß. Und wenn er hier auf H4 schlägt, dann kommt Läufer, schlägt R4, verbindet immerhin die Türme und wir sehen, dass Schwarz ein ganz, ganz großes Problem hat hier auf diesen schwarzen Feldern. Zum Beispiel Dame D4, oder der Läufer kann hier hinkommen. Ganz, ganz große Probleme, mal abgesehen davon, dass der Bauer hier hängt und Schwarz hat keinen Angriff gegen meinen König. Der ist safe. Das ist eine sehr, sehr angenehme Stellung für Weiß und die Engine sagt auch plus 3, ja, das, das geht einfach nicht. Deswegen muss der Springer hier nach F6 zurückziehen, aber das ist auch völlig okay für Schwarz. Wenn Weiß jetzt hier mit A4 kommt, kann Schwarz mit A5 gegenspielen und ihr seht schon, hier haben wir wieder Stellungsbilder, die jetzt, ähm, ineinander übergehen. Wenn Schwarz dieses A5 spielt oder Springer H5 oder mal beides oder so, ja, es ist so wahnsinnig kompliziert, am Ende des Tages ist und bleibt die Stellung in etwa ausreglichen. Und man muss einfach eine ganz neue, eigene Schachpartie quasi spielen. Und, ähm, wenn der Springer, schauen wir mal ganz kurz, nicht nach H4 geht, sondern nach D2, so wie es ja in unserer Schwarz-Idee war, Springer F4, dann ziehe ich den Läufer natürlich einfach zurück. Ähm, ja, dieses Schlagen geht nicht, haben wir gesehen. Und nach dem Schlagen schlägt der Springer. Jetzt hängt der Springer F4 wirklich, der muss wieder wegziehen. Und wir sehen, der, der schwarze Angriff ist nicht, nicht vorhanden, aber, ähm, beide Seiten haben, haben ihre Ideen, ja. Weiß spielt wie immer so irgendwie am Damenflügel, Springer C4, vielleicht irgendwann mal auf die, wie immer auf die C-Linie und Schwarz kontert mit F7, F5. Ähm, die Stellung ist hier immer noch völlig ausgeglichen und deswegen, weil, weil ich hier mit Weiß oder für Weiß gegen, oder mit diesem G2, G3 keinen Vorteil erreichen konnte, habe ich mich, naja, ich würde eher dieses Turm E1 präferieren. Das schauen wir uns jetzt mal eben an. Also, Turm E1. Grundsätzlich, wenn Schwarz A7, A5 spielen will, kann er das jederzeit machen. Das können wir ja nicht verhindern. Den nehmen wir raus, dann ergeben sich gleich wieder Stellungsbilder und Ähnlichkeiten zu weißen Plänen. Zu diesem A5 komme ich auch gleich noch. Jetzt schauen wir uns zunächst einmal an, wenn Schwarz hier am Königsflügel spielt, mit Springer F4 zum Beispiel, und sagt, diesen Läufer will ich haben, dann eben habe ich jetzt dieses Feld F1 mir frei gemacht für meinen Läufer, um den zu behalten. So, jetzt seht ihr schon, der Zug F7, F5 ist ein Fehler, und das ist, also, ihr seht optisch, das ist der natürlichste Zug der Welt, sozusagen, ne? Schauen wir uns sofort an, wir gucken mal eben, eben hatten wir mit Schwarz ja auch gesagt, dieses Läufer G4 war interessant, hier aber nicht mehr, weil dieser Läufer F1 so ein bisschen dieses Feld H3 deckt. Was meine ich damit? Wir können diesen Läufer direkt befragen, und jetzt können wir eben nicht zurückgehen nach H5, weil wir dann G4 spielen können, und der H3 ist gedeckt. Das heißt, ich muss hier mit Schwarz den rausnehmen, und ja, dieser Läufer, der fehlt auf dieser Diagonale, auf den weißen Feldern, wenn ich einen Angriff starten will. Engine sagt, noch ist ungefähr Ausgleich, aber das würde mir mit Schwarz überhaupt nicht schmecken, diesen Läufer abgegeben zu haben. Ja, aber was ist jetzt mit F7, R5? Das ist der natürlichste Zug der Welt, und hier ist eine der Hauptideen für weiß in diesem Turm E1-System, nämlich, dass ich jetzt tatsächlich diesen Springer hier rausnehme, in diesem konkreten Fall, in dieser Reihenfolge. Und wenn Schwarz hier, hopp, den zurücknimmt, jetzt ist der Läufer G7 frei mit der Diagonale, der C3 hängt, aber, und jetzt kommt die Idee, ich spiele E4 nach E5, und blockiere diese Diagonale, und dieser Bauer, der könnte bei gegebenem Anlass mal nach vorne gehen, der könnte hier auch die Stellung öffnen, in allen Formen und Farben, hier hat Weiß so viel Raumvorteil, und Schwarz so viele Schwächen, dass das Weiß hier einfach deutlich besser steht, das ist total spannend. Wir schauen uns mal eine Variante an, also wenn E schlägt F kommt, dann geht der Springer, der steht da wie einzementiert vom Turm unterstützt, wir werden jetzt gleich mit C5 den Läufer nach C4 stellen können, D6 Geschichten an Start bringen, mit solchen Gabeln, das geht so schnell, das ist einfach eine Riesenstellung für Weiß. Und wenn Schwarz mit G6, G5 kommt, mit der Idee, komm hier, wenn du hier nimmst, kann ich hier nehmen, dann decke ich einfach meinen Springer, hoppala, und wenn ich den decke, ja, jetzt habe ich zwei Optionen, ich kann hier mit E5, E6 zum Beispiel mir einen Gedecken freibauen besorgen, den Läufer C8, und damit auch den Turm A8 aussperren. Das ist so, als Mensch, ja, würde ich diesen Zug machen und sagen, komm, ich stehe hier bestimmt gar nicht schlecht und das stimmt auch. Die Engine sagt, weißt du was, ich mache hier alles auf und je auf, desto besser. der Läufer kommt hier gleich mal raus, in welchen Farben auch immer. Die weißen Figurenaktivitäten ist hier so massiv hoch, dass er hier die weiße Stellung schon massiv bevorteilt mit plus zwei, obwohl Schwarz das Läuferpaar hat. Also ihr seht, wie kompliziert solche Varianten sind, ja, und deswegen, das ist eine der Hauptideen, dass dieses F5 eben hier wegen Läufer F4 nicht so gut ist. Wir schauen noch mal eben ganz kurz, wenn Schwarz hier auf E4 stattdessen nimmt, dann schlägt weiß hier auf E5 einmal zwischen, weil der Läufer ja mehr oder weniger sowieso weg wäre, und auf E mal F Läufer G7 schlägt, 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 Massentausch, aber am Ende des Tages haben wir eine Qualität mehr. Wir können hier auch über die schwarzen Felder vielleicht mal gucken und ein Angriff gegen unseren König ist hier eigentlich nicht zu sehen und deswegen hat weiß mit der Qualität mehr hier sicherlich einen schönen, schönen Vorteil. Das sind so die die Hauptideen für weiß und die führen mehr oder weniger dazu, dass wir in dieser Variante quasi auch unsere Hauptvariante finden. Und die schauen wir uns jetzt noch mal eben kurz an, nämlich das nach Turm E1 Springer F4 Stadtspringer F4 so ist es, jetzt sind wir richtig, der Zug F7, F5 sofort gespielt wird. Und jetzt sagt ihr, ah, Moin, oh, E6 ist doch ein Riesenloch. Ja, das stimmt auch, da hüpft im Regelfall unser Springer rein. Wir greifen auch den H5 an, deswegen zieht der zurück und macht seinerseits Druck auf den E4 jetzt hier. Und jetzt haben wir, ja, hier ist natürlich auch schon wieder jeder Zug so ungefähr gespielt worden, was die Sache nicht übersichtlicher macht, aber so die Hauptidee sicherlich irgendwie wie jetzt den E4 zu decken. Hier hat sich Kramnicks Zug F2, F3, äh, schon Läufer F3 als Hauptzug herauskristallisiert. Wer Partien mit F2, F3 sucht, der kann sich die Schwarzpartien von Teimur Ratschjabov gerne mal anschauen. Ein Königsindisch-Experte, der hat ja sehr, sehr große Erfolge für Schwarz und mit Schwarz in dieser Variante erzielt. Und deswegen möchte ich einfach diese Diagonale nicht schwächen und ich würde mit Kramnicks Zug Läufer F3 gehen. C7-6, typischer Zug, um auch das Zentrum anzugreifen, vielleicht auch mal mit der Dame hier zu gucken, ne, und so weiter. Das verhindert Weiß mit dem Entwicklungszug und Schwarz spielt H7-H6. Äh, genau, wir sollten hier einmal ganz kurz gucken, verführerisch sieht ja der Zug F4 aus, weil es das Zentrum abschließt, den Läufer mit Tempo quasi angreift, der muss weg und jetzt können wir doch hier ungestört irgendwie einen Angriff starten. Könnte sich schwarz denken. Aber, dem ist leider nicht so, weil unser Springer immer hier auf E6 reinhüpft und dieser, dieser weißfällige Läufer, der fehlt natürlich dem, dem Schwarzen zum Angreifen. Darüber hinaus bekommt er den E6 auch gar nicht so einfach, weil er hier da mit C8 nicht spielen kann, weil eventuell gleich dieser, dieser Bauer hier weg ist. mit Tempo auf den Springer und die Dame kommt auch wieder raus, das wäre kein Problem. Das heißt, ich bekomme diesen E6 gar nicht so einfach und weiß hat trotzdem noch zusätzliche Möglichkeiten. Jetzt wird der hier versucht zu decken, um den hier irgendwie zu bekommen, aber weiß öffnet die Stellung C5 und Läufer A3 und versucht hier alles zu öffnen und zu geben, Linien zu öffnen, um das, das Läuferpaar zu betonen und diese Stellung ist etwas besser für weiß. Mag nicht viel sein, aber hier wüsste ich zumindest, dass das weiß wahrscheinlich gleich besser steht, weil der Läufer vielleicht mal überführt werden kann mit dem Läuferpaar minimal besser für weiß. und deswegen ist F4 hier nicht so gut, deswegen wird sofort H6 gespielt als Hauptvariante. Dann hüpft der Springer da rein, der hüpft da quasi immer rein, der darf natürlich hier auf gar keinen Fall zurückgehen, das wäre die mittlere Vollkatastrophe, denn dann kommt wirklich F4 mit Tempo und dann G6, G5 und es droht G5, G4 und der Springer auf H3 steht so schlecht, der kommt da nicht mehr weg. Da kann man schon nichts mehr gegen den Figuren Verlust machen, das geht gar nicht und deswegen hüpft der Springer natürlich hier immer auf E6 rein, wenn er mit H6 angegriffen wird, schlägt schlägt. Jetzt schlägt Schwarz auf E4 und nochmal auf E4 und weil dieser Läufer jetzt auf E4 steht, bekommt er durch D6, D5 hier das entscheidende Tempo, um den Ausgleich zu halten und ihr seht, wir sind schon im 17. Zug, die Varianten sind relativ forciert nach dem Tausch-Tausch und jetzt hat Weiß im Grunde zwei Möglichkeiten, Läufer C5 und Läufer C2 und Läufer C2 ist so mehr dieser kämpferische Zug, dass man mit Weiß sagt, ja, ich will die Figuren auf dem Brett halten und ich will spielen und kämpfen, geht natürlich aber auch dabei das Risiko ein, das Schwarz vielleicht auch, der spielt ja auch mit, zunächst einmal das Feld kontrolliert und damit G4 ist so der Hauptzug, um hier die Türme zu verbinden, hier als Gedeckt zu halten, anzugreifen und so weiter und so fort, aber nach E5, E4 greifen wir den Turm an, der zieht weg und wir sehen, dass das, jetzt ist der angegriffen, jetzt ist der angegriffen, ihr seht schon, es geht hin und her, aber Turm F5 ist ein guter Zug, der den hier deckt und jetzt haben wir das Problem, dass zum Beispiel nach Turm E2 ist ein oft gespielter Zug, dass Schwarz, wenn er will, mit H5 und Läufer E5 und Läufer F6 quasi die Züge hier schon wiederholen kann und die Dame dauerhaft angreifen und eine Zugwiederholung erreichen kann. Er muss nicht, aber er könnte. Deswegen, ich bin kein großer Freund von diesem Läufer C2, allerdings dieses Läufer C5, was diesen E7 hier angreift und dann wäre ja der D5 weg, aber nach dem Schlagen, 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 ist dieser Bauer noch auf dem Brett. Hier sollte Schwarz Turm E8 spielen, um den E6 zu gewinnen. Wir gucken ganz kurz, was passiert bei Turm D2. Dann kriegen wir unseren Läufer zurück. Ja, Schwarz bekommt unter Mühen diesen E6 jetzt, aber dieser E-Bauer, dieser Mehrbauer in Anführungsstrichen, der stört den schwarzen Mehr, weil jetzt der E5 zum Beispiel sich überhaupt gar nicht bewegen kann, der Läufer eingesperrt bleibt und weiß mit so Turm C7-Geschichten oder A4, A5-Geschichten ein bisschen Raumvorteil mag nicht viel sein, zugegeben. Aber wenn hier einer irgendwie auf Vorteil spielt, dann doch eher weiß. Und deswegen ist dieses Turm D2 nicht so gut und Schwarz sollte lieber Turm E8 spielen. Und nach dem Rückzug schlagen wir diesen Bauern und weiß schlägt auf E4. Ja, und jetzt haben wir so eine Stellung, die ist hochgradig ausgeglichen. Dieses mikroskopische, kleine Vorteil für weiß, weil der E5 vielleicht ein Isolani oder ein Einzelbauer aber ist ja wirklich schwach können wir den angreifen. Das wird schwer. Aber vielmehr, das ist eine erzwungene, die Hauptvariante mehr oder weniger und die Remis-Breite ist hier auch in der Meister-Datenbank sehr, sehr hoch. Von daher wer vielleicht mit Schwarz nur Remis will, ist das vielleicht auch eine Option. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob dieser Bayonettangriff überhaupt irgendwie sinnvoll ist oder so, weiß man auch nicht. Aber wir haben nochmal, wir gucken nochmal rein, was die weißen Pläne nach A7, A5 sind. Und zwar hier dieses A7, A5. Nun, zunächst einmal, genau, wir spielen Läufer E3 oder B mal A dürfte aufs Gleiche hinauskommen. Und wenn er hier schlägt, schlägt, könnte Schwarz hier auch Springer D7 spielen. Er kann hier aber auch, das hatten wir eben aus den schwarzen Ideen gesehen, mit Springer E8 zum Beispiel dieses B6 ganz drauf verzichten, dann würde weiß hier mit diesem A4, A5 einen kleinen, aber dauerhaften Vorteil erreichen. Er kann aber auch sagen, ich möchte dieses B6 nicht spielen und den Springer nach D7 stellen, aber auch hier folgt A4. Läufer H6 ein typischer Zug, der für Schwarz natürlich auf dieser Diagonale gut aussieht, aber weiß erreicht auch hier wieder diesen Vorteil mit A4, A5. Der Bauer wird ein bisschen festgelegt und weiß käme zum Öffnen. Manchmal wird der B7 selber in irgendeiner Form schwach, weil er angegriffen werden kann. Weiß wird irgendwann dieses C4, C5 durchkriegen und alle Figuren am Damenflügel spielen zumindest mit. Und deswegen ist das hier sicherlich ein kleiner, kleiner Vorteil für weiß beileibe nichts entscheidendes oder so. Ich habe euch wieder ein Fragment mitgebracht, eine Partie, wo hier mit F7 F5 gespielt wurde, König H8 und zack wird der Flügel geöffnet. Schwarz versucht hier noch gegen zu halten. Auch diesem Bauern, dann fällt der D6 etwas, das ist gut für weiß. Deswegen sollte er hier schlagen. Aber ihr seht, diese Stellung ist dem Ausgleich nahe, aber doch minimal besser für weiß. Ich habe hier noch ein paar mehr Optionen, vielleicht den B7 mal anzugreifen oder wenn diese beiden Läufer getauscht sind, den Springer vielleicht auch mal hier rein zu bringen. Also etwas besser für weiß. Kein Weltuntergang, aber eben ein bisschen besser für weiß. Deswegen ist dieser Plan für schwarz mit Springer D7 möglich, aber eben auch riskant, weil weiß zu diesem A4 A5 kommt. Das müssen wir im Grunde als Haupt für Hinterkunft merken. Alle anderen Züge wie zum Beispiel B7 B6 würden dann am Ende des Tages wieder nach A4 in die Hauptvarianten übergehen und hier nach Springer R8 sollten wir mit weiß natürlich jetzt nicht A5 spielen um diesem bekannten C5 aus dem Weg zu gehen sondern wir sollten jetzt hier das erst mal vorbereiten zum Beispiel Dame B3 den decken und dann können wir das immer noch gucken die Stellungsbilder ähneln sich natürlich alle ihr seht ja irgendwann kommt schwarz doch wieder mit F7 R5 typisch königsindisch und weiß hebelt am Damenflügel mit A5 oder C5 deswegen es sind natürlich so zwei drei Varianten die man sich ganz konkret merken muss in diesem Bayonet Angriff hoffe die konnte ich gut herausarbeiten ansonsten ist natürlich eine sehr theorielastige Stellung mit extrem vielen Plänen für beide Seiten und beide Seiten müssen immer auf den Plan des Gegners auch reagieren können man kann nicht so stereotypisch seine Züge durchprügeln klappt auch nicht so richtig von daher ist das eine unfassbar komplizierte Eröffnung ich bin erstmal dankbar dass Eugen mir die Möglichkeit gegeben hat mich da nochmal rein zu fuchsen und für euch aufzubereiten für mich wäre das eher nichts also nicht dass er schlecht ist aber schwarz erreicht doch wenn er sich auskennt in zu vielen Abspielen doch irgendwie einen Ausgleich und wenn ich mit weiser vorteil spielen möchte wäre mir das zu dünn deswegen aber das ist nur meine persönliche meinung und last not least jetzt wo wir mit einem mit einem bündel an informationen über den stellungstypen mit ideen für beide seiten gefüttert sind last not least wollen wir uns natürlich noch die partie angucken von olga gegen meinolf und schöne grüße an der stelle meinolf denn die partie war wirklich sehr sehr gut also schauen wir da mal rein so die olga hatte weiß und der man auf schwarz und wir kennen die eröffnung jetzt den können wir die ersten züge schneller spielen f3 rohade und hier ist e5 angedacht aber es kam tatsächlich in der partie springer z6 der ist ungenau aus den bekannten gründen die wir uns eben angeguckt haben also sprich weiß sollte hier um linkt d4 d5 spielen es kam die rohade und nach e5 sind wir wieder in unserer haupt variante quasi dass wir hier mit b4 den angriff starten alles da jetzt wollen mal schauen was meinolf hier gespielt hat er hat a7 a5 gespielt ok diesen aufbau mit am damenflügel die struktur müssen zerstören es kam laufer a3 völlig in ordnung jetzt nimmt man normalerweise auf b6 meinolf hat b6 gespielt haben wir in einigen varianten auch gesehen ja irgendwann nimmt man hier trotzdem hier zwischen dieses b6 macht eben auch gar nicht erst den versuch irgendwie ohne b6 auszukommen mit diesem springer d7 und so aber wir haben ja auch gesehen dass da hat weiß ja optionen mit diesem a4 a5 war das so von daher alles alles wunderbar in ordnung weiß nimmt jetzt hier raus das ist auch völlig in ordnung jetzt hat man ja hier noch ein tempo quasi theoretisch noch muss schwarz nicht nehmen weil dieser bauer ja auch gefesselt ist und deswegen nutzt schwarz die zeit und aktiviert den springer und genau wegen dieser fesslung der springer strebt nach f4 und ja der läufer steht ja nicht mehr hier kann diesen läufer diesen springer also nicht mehr rausnehmen ok jetzt haben wir natürlich diese fesslung auf der a-linie und der läufer auf b4 ist ungedeckt deswegen kam hier der zug b3 um den läufer zu decken ist völlig in ordnung kein problem schauen uns mal ganz kurz an was passieren könnte wenn man analog zu eben zum Beispiel so ein zug wie g3 hier einschiebt wenn dann läufer h3 kommt schlägt a5 bringer d2 greift den hier an und jetzt müsste der ja theoretisch zurück und dann hat man halt mit diesem f5 und dann dauert deutlich länger bis man f5 durch bekommt und deswegen gibt es hier den interessanten zug d7 dass man sagt hier schlag doch diesen sprenner und diesem bauern aber gib mir doch hier meinen weißfeldigen läufer und damit kann ich hier auf den weißen Feldern schön dominieren und kontrollieren und mein spiel aufbauen und das ist riskant für weiß das wäre zum beispiel eine möglichkeit nach g3 könnte man aber auch f5 spielen und dann kommt wieder dieser typische plan mit diesem springer g5 dass der nach e6 rein streben möchte schwarz muss hier quasi zurück gehen und nach dem tauschen und diesem tauschen und das ist ein Zug den hatte ich in der Vorbereitung richtig gesehen aber das Motiv ist toll also wir verbinden mehrere sachen ja dass wir hier reinkommen und dass wir irgendwie die stellung öffnen wollen als weißer am damenflügel das das macht ja sinn wo liegt jetzt die taktik begründet dass man den schlagen kann und den auf a3 abgibt weil man mit springer b5 ein tempo bekommt und gleichzeitig jetzt hier auf c7 rausnimmt der turm sollte nach a6 wir sehen gleich warum jetzt ist der d6 gedeckt aber schaut euch das mal an da ist eine völlig wilde stellung da weiß ich nicht mehr ob schwarz sich da wohlfühlt wenn er so hinten drin steht die engine ist relativ begeistert für weiß also die kann aber auch solche taktischen sachen und stellungen rechnen ja keine Frage die idee ist halt hier mit c4 c5 alles zu öffnen ja würde so von der grundanlage dem weißen spiel und der weißen idee natürlich alles öffnen grundsätzlich entgegen kommen man hat auch langfristigen freibauern und so weiter hier diesem bauern ja hart also das wäre vielleicht auch bei g3 hier schon möglich gewesen als alternative mal es kam dame b3 achso jetzt entschuldigt jetzt muss ich das mit den varianten und mit der hauptvariante ja wieder haha okay wir sind wieder in der hauptvariante mit dame b3 und es kam turmschlägt a5 okay jetzt zieht der laufer nach b4 das kennen wir um diesen plan mit a4 a5 zu verwirklichen ähm schwarz spielt springer f4 mit der idee vielleicht mal das lauferpaar zu gewinnen wie auch immer wie es sich entwickelt der springer auf f4 steht natürlich grundsätzlich gut ja wenn wir den schon nach f5 nach h5 stellen dann steht er auf f4 sicherlich auch gut und naja hier hat weiß sicherlich einige optionen in der partie folgte a4 a5 wir schauen uns mal eben ganz kurz an alternativ könnte man vielleicht den turm nach e einstellen den laufer auch decken und jetzt vielleicht den laufer nach f1 zurückziehen wenn schwarz nicht schlägt und wenn er schlägt dann können wir mit dem turm schlagen und können eventuell mit dem turm vielleicht auf der a-linie hier schon die verdoppelung anstreben die stellung ist im ausgeglichenen bereich schwarz wird mit f7 a5 kommen und ein typischer wettkampf beider fronten entsteht hier ganz normal auch eine völlig ausgeglichene stellung noch hier ok wir gucken weiß hat aber dieses a4 a5 gespielt und jetzt wissen wir oh in dem Augenblick wenn weiß a5 spielt wissen wir von eben dass schwarz hier einen zug naja beide müssen diesen zug natürlich im petto haben nämlich also in der partie folgte laufer g4 der war etwas ungenau man hätte hier diesen c7 c5 spielen können wenn der laufer zurückgeht hängt der bauer klar also wird mit hoher wahrscheinlichkeit weiß hier auch ein paar songs schlagen müssen achso und jetzt bin ich jetzt bin ich schon wieder in der ach das ist ein langer tag freunde ich muss mal eben in die variante so ja dass er hier rausschlägt wenn er schlägt jetzt können wir aber hier auf b6 schlagen weil der turm ist ja gedeckt und vermeintlich nach dem tausch ja der b4 ist zwar gedeckt aber jetzt ist er eben auch zweimal angegriffen und jetzt muss ich den nochmal irgendwie verteidigen zum beispiel mit turm b1 und das ist weiß steht kurz davor in eine passivität zu geraten zum beispiel nach dem tauschen hier und laufer e6 hat schwarz alle figuren draußen es droht vielleicht sogar mal irgendwann Springer a5 um auf den hier zu gehen und weiß kann vor allem diesen bauern auf d6 nicht nehmen wegen einer fantastischen kombination nämlich turm d8 und jetzt auf einmal sehen wir ups die grundreihe schwach und ich kann dieses c5 nicht spielen weil der laufer e6 den turm dann angreifen würde sind natürlich alles nur varianten und ist auch schwierig einzuschätzen um zu sehen und so weiter aber dieses c5 hier wäre wieder gut gewesen für schwarz stattdessen kam läufer g4 ok fehler deswegen weil es dieses c5 gegeben hätte ok weiß nutzt die gelegenheit und schlägt auf b6 und nach dem zwischentausch sehen wir dass die bauernstruktur bei schwarz so ein bisschen naja sieht natürlich nicht ganz solide und so richtig toll aus gerade mit dem b6 als einzelbauer der d6 ist natürlich auch angegriffen und schwach und zugefüllt ist natürlich jetzt auch wichtig dass man dass man die initiative behält und am drücker bleibt und so weiß versuchte dame a3 und den druck auf den d6 zu erhöhen wir schauen uns mal an was man noch hätte machen können ich hätte zum beispiel so züge wie turm a7 auf dem schirm gehabt einfach mal den turm auf die siebte reihe der springer ist angegriffen wie auch immer nach f7 f5 wird die siebte reihe auch verlängert und gerade wenn schwarz f5 spielt weil viele alternativen hat er ja auch nicht dann kann weiß hier h2 h3 spielen wir sollten mal auf auf diesen zug h2 h3 jetzt eben achten und uns merken für den kopf der kommt nämlich gleich in der partie auch nochmal hier hat dieser dieser läufer nicht viele möglichkeiten er tauscht hier auf f3 und der springer geht nach d3 das sieht er auch vernünftig aus den springer entweder gegen den laufer zu tauschen damit der druck von b4 weg ist den springer hier hinzustellen in welcher form und farbe auch immer aber weiß kann hier tatsächlich auf d6 rausnehmen mit dem kleinen taktischen zwischentrick springer b5 jetzt greift die dame den springer an und der springer greift die dame an und weiß bekommt seine figur zurück und hat einen bauern am ende des tages mehr und wir sehen ja das ist noch nicht gewonnen aber schon schon sehr sehr angenehm für für weiß ok das wäre zum beispiel eine der folgen oder der möglichen folgen gewesen wir gehen in unsere variante zurück in unsere partie es folgte es folgte dame a3 und der druck auf diesen d6 wurde erhöht was grundsätzlich schlecht nicht schlecht ist aber dieser turm kommt jetzt nicht mehr nach vorne springer c8 deckt den einfach und ja jetzt dame b2 um dem turm jetzt wieder die linie aufzumachen dieses dreiecks manöver mit der dame hier hat ein bisschen zeit gekostet und zeit ist ein wertvolles gut in solchen strukturen und in solchen stellungen ok das war sicherlich nicht ganz optimal schwarz reagiert mit f5 dem königsindischen gegenangriff auf das weiße zentrum ok beispiel turm a8 guter zug den springer zu fesseln und auf der grundreihe irgendwelche drohungen aufzubauen die dame entfesselt sich direkt und greift vor allem auch so ein bisschen diesen c4 hier an oder haben wir den im auge sagen wir mal eine der ideen könnte sicherlich irgendwann mal springer e2 zum beispiel sein so und jetzt schauen wir mal jetzt weiß nämlich in der partie hier leider unser mann hatte ja schwarz also mein mannschaftskollege hatte ja schwarz aber h3 ist jetzt hier tatsächlich ja einfach jetzt geht es einfach taktisch nicht denn nach dem schlagen kommt da mit c4 und da ist ein bauer weg irgendwann muss da in der in der wahrnehmung in der visualisierung irgendwann muss da nicht gestimmt haben wir gucken noch mal eben statt h3 was hätte man hier noch anders machen können vielleicht springer b5 was den was den dame angreift und wenn die dame den turm angreift könnten wir hier auf c8 vielleicht die qualität opfern und dann auf d6 diesen bauern bekommen wir bekommen jetzt ein tempo auf die dame die muss ja wieder ziehen und dame a2 jetzt haben wir die a linie wir können über a6 druck auf diesen bauern machen und dann hätten wir natürlich hier schon schon mächtig gefährliche bauern ja die einmal jetzt in wallungen kommen dann wird es kritisch vielleicht muss man den läufer aber auch nochmal irgendwann weg ziehen also ist nicht 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 hundertprozentig klar aber der computer sagt turm c8 und läufer f8 dann geht es so einigermaßen für schwarz also eigentlich das ist gut für schwarz aber das war schon knapp die idee gefiel mir trotzdem sehr gut grundsätzlich in diesem qualitätsopfer aber ja ihr seht wie schwierig das ist in solchen stellungen immer diese einschätzungen zu machen okay wir gehen wieder in die partie zurück und also bester zug wäre jetzt laut laut engine hier einfach diesen diesen bauern hier mit dame a2 zum beispiel zu decken okay es kam aber h2 h3 und schwarz schlägt hier raus und geht dann auf c4 auf bauernjagd bauer ist bauer ja das ist das keine frage noch muss weiß sicherlich nicht zwingend verlieren aber ja bauer ist bauer keine frage vor allem dieser springer könnte jetzt hier auch mal hier nach d3 rein hüpfen dame a3 macht druck auf den d6 wieder ruder zug aber der springer geht nach d3 und ihr seht wie dynamisch das ist ja ist ja keine frage dass das beide parteien relativ viel zeit verbraucht haben kein vorwurf von mir ich bin ja noch viel langsamer aber ja dass das erfordert natürlich auch ein bisschen rechenarbeiten solche stellungen keine frage beispiel laufer e2 guter zug fesselt den springer f schlägt e jetzt sieht es so aus als wenn schwarz diesen bauern gewonnen hätte aber mit dem schönen taktischen trick springer schlägt e4 wird die dritte reihe geöffnet und der e4 der schwarze springer ist wieder in gefahr spricht nach dem schlagen und dem schlagen hat weiß seine figur zurück und jetzt hat schwarz immer noch nur diesen einen bauern mehr nur in anführungsstrichen ja diesen c4 und jetzt ja die bleibt die frage sollte man auf d5 diesem bauern jetzt hier schlagen oder ist die öffnung dieser diagonale zu gefährlich ich bin ja bekanntermaßen eine bangbüchse aber der meinolf nicht denn der meinolf kann rechnen und schlägt diesen bauern einfach ok computer ist nicht ganz hundertprozentig zufrieden gibt hier wieder irgendwelche varianten an ja das lassen wir mal kurz weg d5 ist aber ein zweiter bauer das heißt jetzt muss weiß wirklich irgendwas zeigen er ist in der bringschuld sozusagen dame a6 auch wieder guter zug jetzt hängt der c8 und laufer c4 droht ja mit dieser fesselung der dame deswegen dame c6 deckt den springer und geht aus dieser fesselung raus laufer b5 guter zug tempo die dame rettet sich so und hier haben wir jetzt eine stellung und jetzt ist ja hier könnt ihr mal schauen was was würdet ihr spielen der zug der gespielt wurde ist nämlich könig h2 und das ist quasi erst der zug der dieses dynamische gleichgewicht von die engine gibt hier glaube ich 0 0 an kontrollieren nochmal schnell ja 0 0 obwohl schwarz zwei bauern mehr hat die weißen figuren sind sehr aktiv natürlich hier gerade gegen den gegen den der acht gerichtet ja der grundreihe es droht mal laufer c4 und dann ist die dame nicht mehr an der verteidigung von von dem c8 allerdings wenn wir jetzt hier und wir gehen mal in eine variante sollte der laufer nach f1 gehen das hat mit diesem bauern auf f2 zu tun was macht schwarz jetzt hier zum beispiel h7 h6 um den könig hier vielleicht mal ein luftloch zu kreieren dann könnte weiß mit dame c4 eben die dame tauschen und das dynamische gleichgewicht aufrechterhalten ich habe mit weiß zwei bauern weniger aber der springer steht nicht so richtig der kann nicht so richtig ziehen ja weil dann mindestens einer der bauern schon zurückfällt und mit dem lauferpaar wird wird schwarz diese bauern hier mit hoher wahrscheinlichkeit nicht durchbringen natürlich muss weiß verteidigen aber die wahrscheinlichkeit auf auf primie oder auf ausgleich ist schon schon sehr sehr hoch ok wir gucken uns wieder in der haupt variante an dass könig h2 kam und das ist nämlich jetzt tatsächlich erst der entscheidende fehler denn hier kann dame f4 kommen und dann hängt der laufer auf b4 ja man kann noch ein bisschen tricksen man gibt dieses schach zwingt den könig weg und kann hier auf c8 schlagen was die figur zurückbekommt und den den laufer auf c4 deckt das vielleicht hatte weiß bis hierhin auch gesehen und gesagt ungleichfarbige läufer bietet eine gewisse remis möglichkeit das problem ist und dann sehen wir wieder warum dieser königszug respektive das verlassen dieses f2 bauern einfach nicht so gut war denn hier nach dame e1 fällt dieser bauer jetzt ist der b6 gedeckt und der könig von weiß selber ist sehr sehr schwach auf den schwarzen feldern wenn dieser läufer wie auch immer mal hier in den angriff reinkommt dann ist wahrscheinlich der weiße könig mittlerweile schwächer als dieser als der schwarze könig ja und hier ist ist auch guter rat natürlich teuer damit versucht auf den weißen feldern druck zu machen gegeben erstmal schach und e4 und das bereitet die aktivierung des laufers vor oder zug und wir haben mit weiß das problem dass wir nicht schnell genug sind um hier noch richtig große drohungen aufzubauen dame d5 stellt noch mal eine drohung auf nämlich hier dieses matt auf g8 aber schwarz sagt sich ja dann rinne ich eben raus und wenn du jetzt hier ein schach gibst dann stehe ich hier auch problemlos sicher der die dame deckt ja den läufer das ist kein problem ja was sollen wir machen damit d4 schach ok und jetzt könnte man vielleicht überlegen diesen bauern zu gewinnen ja bleibt die frage worauf spielen wir jetzt mit weiß entweder versuchen wir den e4 der ist am weitesten vorgerückt der könnte der gefährlichste dieser bauern sein vielleicht können wir den irgendwie gewinnen und deswegen ist laufer d5 gespielt worden und den fand ich auch nicht schlecht insgesamt ist die stellung aber tatsächlich einfach gut für schwarz mit diesen ganzen drei mehrbauern mittlerweile und wir sehen das hauptproblem von von weiß ist immer noch dieser schlecht stehende könig es kam laufer g7 guter zug es winkt mehr oder weniger die dame hier auf e4 zu schlagen würde die variante jetzt hier die dame zum beispiel diesen bauern schlagen dann rennt dieser bauer bereits los ja er ist schon sehr weit vorne es könnte auch mal laufer e5 mit zierdrohungen kommen oder mit dame f2 in verbindung mit e2 und so weiter dieser bauer ist jetzt auf einmal mega mega stark und deswegen sollte weiß den noch wirklich rausnehmen das war gut dame f1 ja laufer e5 und auf einmal sehen wir rupsela kürzlich wenig felder g3 erzwungen dame f2 hoppla und dame g2 und das sieht ja auf den ersten blick so aus als wenn jetzt hier so mehr oder weniger alles in ist wenn weiß jetzt die dame tauschen könnte hätte man zwei minus bauern könnte aber dank der ungreiffarbigen läufer noch noch auf remy hoffen aber ein taktisches problem mit läufer g3 ist nächster bauer weg und jetzt haben wir drei bauern die die mehr sind und nach könig h1 schach dame g1 und jetzt ist offensichtlich die dame wird irgendwann gleich getauscht und dadurch können die könige sich natürlich freier bewegen und jetzt kommt der schwarze könig und der schwarze könig ist ja super schnell super aktiv hier irgendwie im zentrum bei der unterstützung seiner bauern mit tempo hier vielleicht auch mal auf den läufer und so weiter und ja wir sehen es zack zack und läuft weg und obwohl unbeerfarbige läufer sind weiß im grunde überhaupt keine rettungschancen mehr und deswegen hat weiß die partie hier auch aufgegeben also ich fand es eine eine sehr sehr gute partie beide seiten haben nur ganz ganz wenige ungenauigkeiten gemacht das schwarz hat ja hier einmal einmal dieses c5 statt läufer g4 spielen können und weiß hat seinen hauptfehler quasi hier mit diesem h3 gemacht ansonsten war es eine sehr sehr spannende und interessante partie und hat mir spaß gemacht mich mit der zu beschäftigen also vielen dank an der stelle noch mal schönen grüß nach bielefeld damit sind wir jetzt aber auch wirklich durch ja ein langes video ich hoffe es hat euch gefallen es hat euch ein bisschen was gebracht dass ihr euch mit dem bayonett angriff jetzt ein bisschen besser auskennt in dem sinne sage ich besten dank fürs zuschauen über ein like freue ich mich natürlich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder